Einen Querschnitt ihrer künstlerischen Arbeiten der vergangenen zwei Jahre zeigten die Schüler der Fachoberschule Fachrichtung Gestaltung im IAJ-Institut für Aus- und Weiterbildung öffentlich. Die Ausstellung unter dem Motto, einfach so, ist vis-à-vis des IAJ-Gebäudes im technologieorientierten Gründer- und Dienstleistungszentrum GDZ Annaberg-Buchholz zu sehen. In den Fächern künstlerisch-ästhetischer Praxis und Kultur- und Kunstgeschichte wird der Bereich der Kunst aus allen denkbaren Blickwinkeln beleuchtet. In jeweils vier bis sechs Stunden Unterricht pro Woche arbeiten die Schüler intensiv an einzelnen Projekten. Dabei wird durchaus versucht, spezielle Interessengebiete der Schüler zu berücksichtigen, auch zwecks ihrer zukünftigen Studienwahl. Die aktuelle IAJ-Ausstellung im GDZ ist die fünfte ihrer Art.